Ja, Moinsen meine Freshentudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA 5 auf meinem Kanal, Matsu und wir machen da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben und zwar sind wir hier bei der Textilfabrik und hier wartet der gute Lester auf uns und wir schauen mal, was hier so geht. Sozusagen, wir parken mal mit unserem neu geklauten Auto vor der Tür und gehen wir mal hoch hier, ne? Was hat der... Was ist passiert? Oh, ich habe nur ein kleines Arbeitsdiskuss. Siehst du, wir werden etwas wirklich, wirklich schlecht machen. Also, ich muss mich als ein properer Textilmagnet präsentieren. Also, hast du nichts zu machen? Nichts sieht mehr ausreichend aus in Amerika als jemand, der eigentlich bereit ist, um etwas zu machen. Oh, Jesus. Was ist bei dir? Oh... Pocken, Trevor. Wir haben ein paar Probleme. Brad. Ja, was noch? Insofern, die Union Depository ist aufgrund für heute. Wir können es ohne ihn, besonders wenn er weiß. Danke Gott, dass ihr hier seid. Ihr alleine? Davy, wo ist dein Freund, Steve? Er ist auf seinem Weg. Ja, sie sind hier oben. Hey, hör mal. Das ist los. Das ist los. Das ist los. Unsere ganze Leben zusammen ist nichts, sondern eine Reihe von Fans und Schicks. Sort das Problem aus für mich, und ich werde Mr. Leisure-Wear von dir aus. Und wenn wir nicht? Dann werde ich in den Jälen und du wird getötet. Ah, mach dich, Dave. Ich habe das alles schon gehört. Nicht so wie das, du hast. Hat er dich gebrochen? Oh, ja, er hat er. Er hat uns gesagt, dass wenn wir was du sagst, und zusammen können wir den großen, schrecklichen Wölfe, der ist die Regierung-Korruption. Ja, und wenn du nicht, wir werden alle sterben. Weil die Agenzie ist auf uns. Ich habe sogar einige Föger in unserer eigenen Büro, die fragen mich, meine Methoden. Ich bin ein Lüter. Ein Lüter. Ein Lüter. Ein Lüter und ein Thief. Also? Also. Es gibt ein paar... ...evidens. Und ich brauche euch, die wissen, was sie wissen. Okay, also, was? Wollen wir Lester hier hacken in das System, und alles wegziehen? Oh, nein, nein. Das wird nicht funktionieren. Der einzige Weg, zu accessieren, ist durch deine Gebäude. Fuck mir. Michael. Du wirst mir einen sehr großen Weg machen. Und wenn du das machst, werde ich sicher, dass alle deine Daten verletziert werden. Ich versuche dir. Hey! Das ist die letzte Sache, was wir tun. Und wir sind fertig. Period. Natürlich. Ich bin ein Mann von meinen Worten. Dave, los geht's! Hm. Eigentlich steht er nicht wirklich zu seinem Wort. Ich würde ihm nicht vertrauen. Ich würde irgendwas... Die müssten mal irgendwas aufnehmen, damit sie auch was gegen ihn in der Hand haben. Und sagen können, Jo! Digga! Wenn du das jetzt... Ähm... Wenn du jetzt nicht die Akten löscht und nicht in Ruhe lässt, also, wie ich in Zukunft wir in Zukunft konkret sind, dann veröffentlicht ich dieses Material. Wisst du, was ich meine? Ich glaube, in jedem Film. Das war nice. Harvey Molina, Licensplatte 83 QSL 722. Und wir folgen ihm und sehen, was wir denken. Das klingt gut. Hier sind wir. Wir warten auf ihn. Warte auf das Auto des Hausmeisters. Oh, was ist das? Das ist nicht es. Okay. Das stimmt wirklich. Damit hat er wirklich recht. Hier geht's. Das ist nicht das Auto, das wir suchen. Auch nicht. Also, was machen wir? Was können wir tun? Wir machen den Job. Dann kannst du vielleicht die Fälle, wenn du drin bist, machst du was anderes. Das könnte ein Weg raus sein. Ja, ein Weg raus ist genau das, was ich brauche. Na, wo bleibt der Nächste? Auch nicht. Äh, ein anderer Typ. Ich finde ja, dass die, GTA kommt einem wirklich vor wie so ein richtiger, so ein typischer Actionfilm. Weißt du, du hast echt so alle möglichen Geschichten und Storys, die halt so bei Actionfilmen aufgezählt werden oder äh, gemacht werden. Und, äh, das ist irgendwie cool, dass du selber halt der Teil davon bist in GTA. Also, das weiß ich wirklich zu schätzen. Also, das Spiel macht halt wirklich Bock. Und die haben sich hier echt ganz gute Storys ausgedacht oder geklaut, ey. Hier ist sie. Das ist das Ding. Du kennst den Drill. Ein paar Autolängen. Also, was wird passieren, wenn dieser Mann wo er geht? Er wird sein Severance-Package Hm, ich kann nicht sagen, ob das ein schreckiges Euphemismus ist oder ein plaines Statement von Fakten. Es ist was, was du willst. Oh, okay. Du kannst mit schönes Cabrio, so ist das doch entspannt. So kann man entspannt ein Auto verfolgen. Hier. Sogar noch mit Kaffee. Kaffeehalter und Kaffee. Du kannst mit Kaffee. Du kannst mit Kaffee Du kannst mit Kaffee aufhören. der FIB West Coast Hedgwörter Du kannst mehr als ein Janitor Anfänger Anfeiner Nummer Anfeiner 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 Schrauben A Schrauben Anfeiner �� Anfeiner Anfeiner Ich weiß, Lester ist echt zu schätzen. Der ist echt so ein richtiger Organisator. Der organisiert hier alles. Was ist denn da? Oh. Nein. Kratzer? Beulen? So was gibt es bei mir nicht. So was gibt es bei mir nicht. Im Cruiser will ich mal weiter. Ja, hier. Kann sein, dass der im Kreis fährt. Zack. Soll ich gar nicht aufsteigen? Okay, dann steige ich wieder ein. Knack, knack, knack. Ich würde sagen, geh mal. Okay. 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 Oh, das ging ja easy. Das ging ja easy. Oh, guck mal, ich mach richtig Randale hier. Zack, umgeworfen, ey. Okay. Okay. Zurück zum Büro. So. Oh, hab ich wieder zwei schöne Autos. Der spürt. Der spürt. Der spürt. Hey, ich hab's gerade noch versucht auszuweisen. Ich hab's gerade noch versucht. Oh, was geht's. Was ist mit der informativen? Die planen zum Büro. Der spürt. Der spürt. Der spürt. Der spürt. Der spürt. Das war der Weg um ein paar hundert Millionen Dollar zu reduzieren. Und Millionen? Sie entlangten das viel. Die Kabinettkonträger. Colisee, verkauft. Wow. Hier sind wir das falsche Irr consume. Nein? Wir haben die falschen Konträger genommen. So sind wir da. Ah, Franklin ist da. Franky boy, mein alter Bro. So, es geht. Mein Bruder... Geiste. Mein Bruder mit einer anderen Hautfarbe. Da muss er drin sein, ja. Hey, was ist das Problem, Dahl? Steve fucking Haynes. Natürlich ist Steve fucking Haynes. Es ist immer Steve Haynes. Das ist nicht ständig wahr. Sieht, es ist Steve Haynes, oder es ist Trevor, oder es ist seine Familie. Es ist immer einer von ihnen. Ja, das ist wahr. Es ist immer einer von ihnen. Ich hab ihn mit einer horrible Familie und sogar worse Freunde. Ich sagte, Franklin, ich bin ein guter Modell. Ja, was auch, Dahl. Es ist sowieso, oder Dillon Dime-Bags. Die Bullets kommen kracken an deinen Schein. Ja, danke. Wir müssen wissen, dass etwas über dieses FIB-Bilding ist. Eine Schwierigkeit, oder eine Weh-In. Nächste Zeit, ich meet einen Morley-Destitut, total delusional, highly-corrupted government-Agent. Ich hoffe, er ist ein guter. Man, ich bin nicht in diesem Schein bei mir. Nein, nein. Nein, nein. Niemand geht in. Wir müssen ein paar Recon. Wir brauchen ein bisschen mehr Informationen. Sieht. Ich brauche die Architekturale Pläne. Aber sie sind nicht online. Ich brauche die Papiere. Der Name der Architekt ist Chip Peterson. Das war seine erste große Kommission. Und der Office ist in Backlock City. All right. Franklin, du sagst ihm ein bisschen und dann reden wir. All right, Dahl. Ich habe dich. Ich versuche nicht zu schmerzen. Ja, gut, gut, gut. Nein. Und wenn wir jetzt schon hier dabei sind, dann machen wir an dieser Stelle hier ein kleines Päuschen. Und das passt perfekt. Wir machen hier mal einen Schnellspeicher. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr GTA 5 sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein.